hallo alle zusammen ich habe eben per zufall dieses rezept entdeckt und es hat mich jetzt so gereizt dass ich das unbedingt gleich ausprobieren will weil es mal was komplett anderes ist zumindest für mich und zwar haben wir hier entweder zwei kleine oder eine große zwiebel also es wird was herzhaftes jetzt gebe ich eine prise salz dazu der ofen heizt auf 180 grad ober- und unterhitze schon mal vor bin ich gespannt also erstens ist es total günstig das rezept dann sah es mega lecker aus dann geht es schnell deswegen da kenne ich ja dann keine pardon damit dann gleich mal probiert und getestet zwar mal hier das ein bisschen mit dem salz vermischt jetzt kommt einmal ein ei dazu das vermischen wir noch mal und wir ja sehen könnt die zwiebel schon in große stücke geschnitten nicht so kleine würfelt in dem falle dann haben wir 50 milliliter olivenöl dann haben wir dann geht es weiter da haben wir auch schon alles mit 60 milliliter laubenwarmen wasser und ich habe jetzt einen teelöffel trockenhefe reingegeben das geben wir dazu ich gebe immer ein bisschen mehr trockenhefe dazu wie eigentlich auf der packung steht das will ich nur damit sagen das gehen wir dazu und dann kommen noch ein halber teelöffel salz und 200 gramm mehl dazu und das war auch schon der ganze zauber müssen wir das einfach noch verkneten ich werde erst mal das so machen und dann werde ich vielleicht noch die hand nehmen wenn es gebraucht wird und das alles gut zu verkneten und dann geht es nämlich schon auf das backpapier und ab in den ofen und hier geben wir das ganze jetzt einfach drauf wenn es denn will und dann müssen wir das einfach noch ein bisschen flach drücken da werde ich jetzt schon die hände nehmen werde mir diese aber etwas nass machen damit es nicht so klebt und jetzt drücken wir das einfach ein bisschen in so eine runde form eckige form was auch immer ihr mögt und dann geht das ganze auch schon ab in den ofen und ich bin sehr gespannt ich werde das jetzt zu so einer pizza form ich habe es noch mal schnell rausgeholt denn das stand nicht im rezept dabei das war nur im video zu sehen hat die person wohl vergessen das wird nämlich noch mit dem ei eingepinselt das machen wir jetzt noch schnell und dann geht es aber schon wieder ab in den ofen so sieht das ganze jetzt aus und zwar bei mir war das ganze 40 minuten bei den 180 grad im ofen dann habe ich die grillfunktion bei mir eingestellt und habe das noch so weitere fünf minuten brutzeln lassen wenn man das halt nicht hat würde ich einfach die höchste gradzahl einstellen und dann einfach gucken wann man halt die gewünschte bräune hat und ja jetzt habe ich es in vier teile geschnitten so sieht das ganze aus und jetzt bin ich mal echt gespannt ich hoffe es nicht zu heiß noch noch zu heiß super lecker bei mir hätte sogar noch ein bisschen mehr salz vertragen können ich würde es am ehesten warm essen ich kann jetzt nicht sagen wie es schmeckt wenn es kalt ist und man kann es natürlich auch noch ausweiten dass man da halt noch kräuter dazu gibt vielleicht am schluss auch ein bisschen käse ich habe es jetzt eins zu eins gemacht wie in dem video und ja mehr kann ich eigentlich nicht sagen außer macht es nach lasst es schmecken und ich hoffe wir sehen uns wieder beim nächsten mal tschüss